Liebe Churer, am 18. Metz spiele ich bei euch in Chur oben, wobei oben ist es fast übertrieben, weil Chur ist ja von Aperzel und es sieht unten. Aperzel hat 760, Chur hat knapp 600, also auf alle Fälle spielt keine Rolle. Ich freue mich am 18. Metz im Tithof bei euch in Chur zu spielen. Neues Programm, Brenzlig, freut mich wieder einmal bei euch zu spielen im schönen Onderland.